Guten Tag, ich sehe, ihr seid schon alle bereit für unsere Online-Tagung. Leider habe ich ein Problem. Es fehlen mir die zwei Verantwortlichen, Angelique und Delphine. Aber, das ist kein Problem. Ich rufe Sie schnell auf Skype an. Das war sehr schnell. Ah, hallo Angelique, hörst du mich? Ja, Gustav. Mais wo ist Delphine? Ah, Delphine kommt auch. Hallo Delphine. Hallo Gustav. Hey, ihr seid zu spät. Wir sind alle versammelt und ihr seid nicht da. Was ist los mit euch? Oh, mince, mince. Ja, ihr müsstet euch präsentieren. Allez hop, ihr seid live. Hallo, ich bin Delphine-Marie Brühlart, Verantwortliche für Gesundheitsprogramme für Senioren. Ich heisse Angélie Wüttrich, Verantwortliche Gesundheitsförderung bei Kindern und Jugendlichen. Ich freue mich, euch online begrüssen zu dürfen. Hey Gustav, tust du mich vergessen? Ich bin auch noch da. Mein Name ist Walter Florian. Ich bin verantwortlich für das Kantonalaktionsprogramm bei den Kinder, Jugendlichen und bei den Senioren für die Oberwallis. Es freut mich, euch heute recht herzlich begrüssen zu dürfen. Es freut mich, die erste Video zu präsentieren mit Dr. Amboard Christian, unser Kantonalarzt. Ja, guten Tag, Herr Christian an Bord. Ich freue mich, wie ein Pfannkuchen, Sie heute begrüssen zu dürfen. Natürlich sind auch Sie, wie ich, ein 13-Sterne-Koch als Kantonsarzt des Kantons Wallis. Natürlich, meine erste Frage an Sie, Herr an Bord. Wie essen Sie? Ich esse Garegüte, wobei Güte ist nicht nur das, was auf dem Teller ist. Das muss nicht Fünf-Sterne-Koch sein oder so. Sondern es ist auch das, was darum ist, das Ambiente, dass ich Zeit habe mit den Leuten, die ich zusammen esse. Und dann habe ich Garesachen, die wahrscheinlich schon meine Grosseltern garen hatten. Also die gute Walliser Küche, die ich sicher bin. Entschuldigung, habe ich Sie unterbrochen. Ich sehe, Sie sind ein Genießer. Meine nächste Frage, Herr an Bord, wäre Sie als Kantonsarzt, wissen das sicher. Wie ist der Kanton Wallis? Der Kanton Wallis ist wahrscheinlich auch Garegüte. Wir haben Raclette, wir haben Fondue, wir haben Trockenflasche, wir haben viele Spezialitäten, die die Walliser Gare haben. Aber wenn ich so den Gesundheitsbericht anschaue, essen die Walliser wahrscheinlich nicht nur das, sondern auch viele Sachen, die andere Schweizer essen. Also es kommt auch mal wahrscheinlich eine italienische Küche auf den Tisch oder eine asiatische Küche. Das sind so die Sachen, die ich denke, die wir alle Gare haben. Meine nächste Frage wäre, ist die Ernährung ein wichtiges Thema in der öffentlichen Gesundheit an Bord? Das Thema Ernährung ist eine ganz wichtige Frage für die Gesundheit der Bevölkerung. Wir sehen, viele Erkrankungen, die nachher kommen, sind im Zusammenhang mit dem, dass wir nicht gesund essen oder dass wir zu wenig Sport haben, das heisst Übergewicht, Diabetes, Sachen, die nachher die Gesundheit der Walliserinnen und Wallisern beeinflussen können. Wir sehen schon bei den Kindern und Jugendlichen, dass da über 10% der Primarschüler übergewichtig sind. Bei den Böben ist es ein bisschen mehr als bei der Magie. Bei der älteren Population, bei den älteren Leuten, haben wir doch einen recht hohen Anteil von Leuten, die übergewichtig sind. Übergewicht als Risikofaktor für Krankheiten, z.B. beim Diabetes, wo wir doch mehr als 5% der Bevölkerung der Leute haben, eine Diabetes-Erkrankung von Typ 2, die im Zusammenhang mit dem Übergewicht ist. Die Ernährung hat vielleicht auch noch ein weiteres Element, das wir sagen müssen müssen. Das ist nicht nur das Übergewicht, das eine Rolle spielt. Wir haben mal geschaut, bei den Jugendlichen, was da ihre Probleme sind. Und hier eine von den grossen Sachen, die die Leute diskutieren, ist, wie mein Körperbild ist. Vor allem gerade bei den jugendlichen Heranwachsenden, bei den jungen Erwachsenen, gerade bei den Frauen, spielt die Ernährung auch mit, wie soll ich jetzt ausgesehen? Bin ich zu dick? Bin ich zu dünn? Bin ich so? Es gibt andere Probleme mit der Ernährung, das sind Depressionen und solche Sachen, die dann auch mit der Gesundheit, mit der Ernährung und mit dem genügend Aktivität eine Rolle spielen dienen. Ja, Herr Rambord, Sie haben es gerade angesprochen, Übergewicht ist ein Thema bei Kindern und Jugendlichen. Jetzt, was denken Sie, als Kanton sagt, was ist das Wichtigste oder was sind wichtige Elemente bei der Ernährung bei Kindern und Jugendlichen? Ich glaube, ganz wichtig ist, bei Kindern und Jugendlichen muss man schon im Kleinkindesalter anfangen, dass man eine gesunde Ernährung vorlebt, dass man das zeigen, dass man das lehren, weil die Grundlagen für die gesunde Ernährung, die nachher im Weiterleben kommt, die werden im Kindes- und Jugendalter gelegt. Da gibt es verschiedene Programme, die man da machen kann. Es ist aber auch wichtig, dass eben auf das Körper, das Verständnis, das Körperbild eingegangen wird, dass man sieht, das hat einen Zusammenhang mit den Ernährungsgewohnheiten, dass man da die Balance und das Gleichgewicht findet. Es ist auch wichtig und das sollte man nicht vergessen, wir müssen schauen, dass alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen haben für eine gesunde Ernährung und die Ernährung hängt uns ein bisschen ab mit dem sozialen Status, den man hat. Ist man mehr in einem Akademikerhaushalt oder ist man mehr in einem anderen Haushalt? Wichtig ist, dass alle die gleichen Voraussetzungen bekommen, um dann in ihr späteren Leben eine gesunde Ernährung zu führen. Herr Rambord, Sie aus Kantonsarzt können uns sicher genauer sagen, was macht der Kanton Wallis, damit sich die Ernährung der Kinder und Jugendlichen verbessert? Gibt es irgendwelche Programme oder Aktionen, die in den nächsten Jahren geplant sind? Der Kanton Wallis hat ein kantonales Aktionsprogramm, das die Ernährung von Jugendlichen, von Kindern, aber auch von Senioren beinhaltet tut. Das hat viele verschiedene Punkte, die mit den Partnern angegangen werden, damit man wirklich auf eine der Hauptaktivitäten, einer der Schwerpunkte des kommenden Programms der Gesundheitsförderung, darauf eingehen kann. Herr Rambord, könnten Sie uns auch einige Beispiele zum kantonalen Aktionsprogramm nennen, was für Kampagnen geplant sind? Zwei ganz konkrete Beispiele, die wir haben. Das ist Furcht hat Wert. Das ist ein Label, das besonders betrachtet, dass es gesunde, ausgewogene Ernährung gibt. Das Label wird auch abgeben an Krippen, an Kindergarten, an an Schulkantinen. Und ein anderes Programm, das wir haben, das ist das SensoSank. Das ist ein Programm, das wir schon relativ lange haben, das die meisten eigentlich kennen. Es geht darum, dass man mit allen fünf Sinnen die Nahrungsgewohnheiten, die Nahrungsausbildung in den Schulen ins Schulprogramm integrieren kann. Dass das im Prinzip während der ganzen Schulzeit mit den fünf Sinnen Jahren immer wieder die Nahrungsthematik auf eine spielerische, alt und angepasste Art vorgebracht werden kann. Ja, Herr Rambord, das klingt sehr interessant. Vielen Dank. Dann wechseln wir vielleicht vom Kinder- und Jugendbereich jetzt in den Bereich der Senioren. Ich will natürlich nicht sagen, dass Sie auch schon bald ein Senior sind. Nein, nein, gar nicht, würde ich das sagen, Gustav, nein. Aber meine Frage, haben Sie vielleicht Empfehlungen für die Ernährung 60 plus, Herr Rambord? Ja, ich sagte, man kann von einem Frühsenior sprechen und noch nicht von einem Golden Ager. Wir wissen, dass das ganz wichtig ist, auch im zunehmenden Alter, im Seniorealter, dass die Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Dass die älteren Personen lange gesund bleiben können, dass es nicht irgendwie dadurch, dass Muskelmassen verlieren und dann umstürzen dient, dass der Krankwerd ins Spital müssen, dass das ein wichtiger Faktor, die gesunde Ernährung ist. Aber gesunde Ernährung allein halten einen nicht bei einem hohen Alter. Es braucht auch eine gewisse körperliche Betätigung, dass man jetzt nicht Gewicht haben oder so, sondern einfach, dass man aktiv bleibt. Aktiv bleiben hat auch einen positiven Vorteil in dem, dass man natürlich die sozialen Kontakte anpflegen kann, dass man Unterglück gibt, dass man da auch die Vereinsamung ein bisschen vorbeugen tut. Ihr seht also, Ernährung, das geht viel, viel weiter als nur gesund essen und ein bisschen zu bewegen, sondern das ist das Gesamte, was die Ernährung eine Rolle spielt und gewisse Aktivitäten können entfaltet werden. Und so haben wir auch das Programm, das ich vorher hatte, mit der Furschert-Werte. Das gibt es natürlich nicht nur für Kinder, Jugendliche, Adoleszenten-Bereiche, sondern wir haben in den Alters- und Pflegeheimen solche Programme, die Furschert-Werte labelisiert sind. Das heisst, die aber eine gesunde, ausgewogene Ernährung in den Altersheimen anbietet. Ja, Herr Amboch, das ist doch ein gutes Schlusswort. Jetzt noch meine Frage zum Schluss. Wenn Sie einen strengen Arbeitstag haben, wo und wie essen Sie das Mittag in Sitten? Das ist interessant, weil ich habe gerade Frühstück und habe gerade Nachtessen und während meiner langen vorherigen Tätigkeit als Arzt hat man Obermittaggewandelt nicht so viel Zeit. Das heisst, da gibt es einen kleinen Snack Obermittag und die Schwerpunkte sind dann eher am Morgen und am Abend. Vielen Dank, Herr Amboch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um dieses Interview zu führen. Vielen Dank und bitte bleiben Sie gesund und geniessen Sie weiterhin auch manchmal ein feines Mittagessen. Danke vielmals und gesund bleiben ist das Motto.